Willkommen in der nächsten Part von Dragon Ball Xenoverse 2 und wir fangen direkt weiter an. Okay, wartet. Ach, das ist entschuldige. Ja, auf geht's wieder. Ich bin ja mal gespannt was jetzt passiert. Ich denke mal wieder Black Goku, Samasu, Stress, wenn wir ein paar auf die Nuss brauchen, könnte es ja haben. Ah, da bist du. Deine nächste Zeitplanung ist, wenn Goku und die anderen zurückkommen. Wir können nicht noch eine andere Veränderung passieren lassen. Samasu und Goku haben nicht geschehen, und die Situation sieht krass. In der richtigen Zeitplanung, Goku und die anderen haben geschafft, um ein Plan zu schützen Zamasu und Black zu schützen. Es wird ziemlich schwierig, diese Zeit von Zamasu und Black zu entfernen, jetzt, dass sie so stark sind. Alles klar, mach dein Bestes, um Zamasu und Goku zu schützen zu schützen. Gehen wir hin. Easy peasy, demon squeezy. Aber was ist das, was jetzt auf mich zukommt hier? Zwei lästige Gottheiten. Besiegt uns das verringere Samasu, Goku, Gesundheit, blablabla. Alles klar. Wow. Wo ist Goku natürlich wieder? Was? Alter! Okay, dann bist du zuerst einer auf die Rübe. Na, Kaioken-Kamera haben wir ja extra für dich gehoben mitgenommen. Er sagt natürlich nichts. Huh! Was? Oh, Panda wechseln. Okay. Kann auch mitreden. Au, au, au. Der haut ja richtig böse zu. Wow. Der wollte mich rasieren, der Kerl. Ey, was zum... Jetzt hat er mich rasiert. Alter Junge. Ich dachte, der wangen Auszauber ist auch nicht gerade gut. Da muss ich auch noch etwas überlegen. Jetzt lass dich von denen noch nicht zutexten. Die laden man doch nur scheiße. Au. Okay, lass die Wut raus. Au, dat nenne ich. Nice. Wir mitmachen! Oh, ja. Oh, ja. Do you know my father? Very greatly for your health. But, stopping those two is my job. You, head back to my father's tunnel. Find a way to defeat him. Hold on! It's too cold, you're there a little longer. Your partner is coming. Don't go away between us. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Is it over? Thank goodness. Okay. I knew you would do that. Just what I expected. Okay. Okay. It's good to have you back. Both of you did really well. Hmm. With your correction. History is back on track. Sorry, it was so hectic. Oh. 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 What can we do about Zamasu, though? How could he think of something so terrible as this Zero-Mortal-Plan? I'm telling you. Kids these days. They take a crazy idea and really run with it. I'm going to go ahead. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Again? Oh, don't tell me there's more changes. The time anomaly is in the final battle against Zamasu. Yeah. Ah, du. Du. Komm. Warum sollte ich nicht die Falle mit dem Gesicht fallen? I won't let Zamasu get away with this. I'll sit him down and give him an earful. Is klar. Of course. Oh my dear. You think that Sternwakchure will actually turn him around. Just think about what would happen if your action got in the way of our good Patroler. Aber... aber ich könnte... Dann wollen wir noch mal wieder das Zeitparadox wieder reinigen. Und wie der Aros wieder normal wird hier. Ui. Das sieht aber nicht aus wie Goku Black. Was macht Talis denn hier? Er... 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 Wie sich der Riff von Goku Black liberty macht das copierliche Rida mit señ Rotung? O-... Er ist a Menge Winter target! Oder er wirdsee Zeit rum Gerne. Hier, ich schicke dich damit ins nächste Nirvana. Ich bin ein Mensch und ich bin ein Führer. Ich bin ein Führer. Ich bin ein Führer. Ich denke, ich werde diese Möglichkeit machen, den Bezug auf die Begründung der Begründung. Was ist das Problem? Ich denke, ich habe etwas gebrochen. Wieso? 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 Gokûka war das Tor noch einen叫 bis. Ich weiß nur, ob ich mich nicht. Nein, wie wollte ich dir nicht? Es war's! Aber Ich lasse mir gar nicht mehr wieder meine alten Formen, nicht Blue. Hm. Alter, was? Ja, warum war man nämlich immer zurück? Ich hasse das an dem Spiel voll. Es gibt das sehr, was? Oh, ich habe noch mal einen Schlüssel. Ich habe es noch nicht drauf gehabt. Ich habe es noch nicht drauf gehabt. Ja, es gibt es noch nicht mehr, was? Es sieht aus, dass du etwas ungezieht bist. Jetzt, ich zeige dir das Ultimative Apex. Die Tippy-Tot! Oh, die Pulle mal auf Goku ein. Ich muss auf Shit zu ihm gehen. Oder sie einfach schnell aus dem Weg räumen. Verpfeif dich! Oh mein, Goku, nicht kaputt gehen, nicht kaputt gehen, wo bist du, wo bist du? Toll, das ist auch noch vergiftet, das ist aber richtig ein linker Move jetzt. Geh, verpfeif dich! Wo, go, 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 go. Wo bist du? Okay, ist nicht abgebrochen, Gott sei Dank. Das ist nicht schlimm, ich krieg die noch platt hier Ich kann wieder Wieder blicken Warte, ein cooler Wegpusten Wegkette hat er mal kurz durch Okay, er liegt nur Ui, oi, danke für die Luft Und gute Nacht Ich sagte, gute Nacht Ach, war ich da Dich ist durcheinander jetzt, das hat mir jetzt überhaupt nicht mit gerechnet So eine Idee, rein zu hauen, dass die ganzen K.O. geprügelten Gegner wieder reinholen Nice work Oh nein Nein, keine Wahl, ist es vorbei Spielzeit ist vorbei Während sie weiterholt und blasphen die Gorghäste Die Gorghäste werden die Gorghäste verletzieren, die Gorghäste werden die Gorghäste verletzieren Ähm, kommt das, was ich jetzt verdichtige, was kommt? Verehrt ihn, lobt ihn. Schade, ich hätte gehofft, da kommt eine Sequenz, die beiden verschmelzen. Ja, hier, da, hast du mal einen göttlichen Tribut, ein paar Fäuste ins Gesicht. Und Abschlag, mit dem Nachschlag. Ja, 20-fach. Ja, genau, ein Stückchen überlebt er noch. Die Law and the Power of the universe. Begone, the one that I want. The Zero Mortal Kombat starts today. It will be complete when all remaining life has been extinct. The perfect world shall begin. I can't see. Your hand has swollen enough, Samazu. I'll bring it back down to size. The time is done to open the earth and wash everything away. Enjoy it. The world of stars. I'll have the service for what he's talking about. Light and justice, strike me. Oh my God, in case of wiping out evil, it's worthless! Uh... Oi! OUCH! 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 I know very well who you are. I can start destroying God. But, my worst was complete. Tell me, Master, you don't have to say anything. But when I am done, it will be a year. Yeah! OUCH! OUCH! Jaa... Wow! Wow, der hat aber Moves drauf, ich kenne ihn ja noch gar nicht. Ich muss den Kapsel einwerfen. Verdammt nochmal! Au! Ab! Ach der im bösen Schaden, aua, aua, aua! Ich glaube, der hätte aus mir kein Holz gemacht. Au! Ah, wird doch mal Zeit! Jaa... Ahhhhh... Ahhhhhhhhhh... 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 All right! Who are you? Ahhhhhhh... Sinds the two of you keep... We decided to be Jesus' way. I'm the fusion between Vegeta and my character. Ahhhhhhh... Holy Vegeta. Alter, was ist das für eine fiese Fähigkeit? Fress das! Ui, der ist gerade an meinem Augenbau vorbeigeflogen. Ich hab's ihm gar nicht getan. Und da! Ich kann das auch machen. Oh, der hat gesessen. Schön! Ah, das ist gut. Ja, ja, du. Du bist ruhig. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Neu aus allen Zeitlinien! Oh nein! 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 Ich bin all the way to the time-mate. Spying from behind the curtain, were you? Did you enjoy the show? Do you think ourselves about the god? You must be tired, coming all the way out, the edge of the universe. But it doesn't matter how much you've struggled. The fact that you disappeared is a part of history. Huh, how? Okay, what is happening now? What is happening now? I feel like Goku has been in my hand. Pay attention! I had our friend here find the button for calling Zeno, that Goku lost, and deliver it to him. Once we got the button into Goku's hands, he called up Zeno, who then erased Zanasu. Ah, so. Yeah, yeah. Oh, bad head. I thought you were going to sit him down and give him an earful. At least that's what you told me. Huh. Well, smarty Kai. How was I supposed to make him sit down like that? Sheesh. You have an excuse for everything today. Hmm, that's what I'm talking about. You could have to kill him. Oh, bye! Trunks. I noticed during the previous fight, you were out correcting history, weren't you? You were cleaning up after my crime of changing history again. Listen, this is important. It's true that meddling with history is a grave crime. But, the problems you've caused are far outweighed by the good you've done. If it weren't for your courage, the Time Nest would have been destroyed a long time ago. So, you can stop brooding, okay? You certainly have gone above and beyond the Call of Duty for us. The Supreme Kai of Time, and I thank you. So, Trunks, is this job rough for you? Huh? While you may have done something to the original timeline that was terribly wrong. I just don't feel that it's right to keep you indentured to us forever because of it. Supreme Kai of Time. I appreciate your kindness, but I really do enjoy my work here. I have good friends, and I've grown partial to this world. If you'd let me stay, I... I think I'd be quite happy. Hehehe, we're glad to hear it. Yes, very glad. To be honest, we would be in real trouble if Trunks were to leave the Time Patrol. I was pretty certain he'd stay with us for sure, but... Oh, we're incredibly lucky he's such a hard worker. Huh? How old are you? You heard him, though. He has to stay here and work with us. Oh, so, Nora. It's written in the book of the beginning and end. There's no taking it back now. Oh, you know, I can't say no to you, Supreme Kai of Time. Well, I guess I'm sticking around. Glad to have you aboard. Well, that's wonderful. I've already done one story already. Then I think it'll be the next spot to be. But for today I've taken enough of it, I would say. We'll see you then at the next parts of Dragon Ballast Nervous 2. So, guys, keep on looking, man sees you. Bis dann.